Richtig zornig natürlich nicht, aber wenn dann auf Willi, weil als ich nackig da in der Badewanne saß, ne, als er dann so den... Hat er auch über dich gelästert? Ja, hat er? Hat er. Nee, das fand ich echt scheiße, ja. Echt? Ja, das fand ich echt scheiße. Ach, hast du das mitbekommen auch noch? Und ich hab... Also er hat ja jetzt auch nicht selbst den Astralkörper, sind wir mal ehrlich. Nee, darum geht's nicht. Und weißt du, ich, du weißt ja, wie ich unterwegs war, wenn ich so gesagt hätte, bin scharf wie eine Axt. Er fühlte sich von mir angemacht. Ist das nicht dein Ernst? Ja, doch. Und er hat, also, dieser Wichser, du, ehrlich, das find ich echt scheiße. Ich hab die ganze Zeit Scherze gemacht übers Ficken und er hat gemeint, ich träum vor dieser, vor dem Typen, der die Leertaste im Gehirn hat. Aber er hat eben heute im Sprechzimmer gesagt... Vielleicht, hoffentlich hat er mehr in der Hose als im Hirn, ehrlich. Also er hat im Sprechzimmer gesagt, wie er herangekommen, hättet ihr euch umgeknutscht. Ich, ich glaub... Und war so, äh, äh, hat er gesagt. Ich, ich, ich hab immer, Sarah, ich hab immer, naja, ich hab da drüber Scherze gemacht, ne? Er meinte, wär ich nach vorne gegangen, hättet ihr mich abgeknutscht. Würdest du sagen, dass Willi der Mann meiner Träume ist? Echt? Und als er mich dann in der Badewanne gesehen hat, hat er so getan, so nach dem Motto, da müssen wir kotzen, weißt du, ich bin eine 55-jährige Frau. Ja, du kannst dich durchaus flicken lassen. Und das ist derart despektierlich. Ja, ist es. Derart despektierlich. Ja, geb ich dir recht. Das macht man. Ich, wenn ein Mann mit 75 mit mir einen trinken will, dann trinke ich mich mit dem einen, verstehst du? Und bin höflich und nett und demoralisiere den Herrn nicht. Und diese Hans-Wurster, dieser Ballermann-Sänger von Mallorca. Ich freu mich auf die Aftershow-Party, das ist ein super Spaß, Harmonie-Flat-Rater. Ja, also eins kann ich dir sagen, weißt du, da hab ich die Größe, ich sag Tag und Tschüss zu so einem Wichser. Leck die Katze am Arsch, du ehrlich. So sind sie, die Männer. Dann haben wir es. Nee, so sind die Möchtegerns, die eine Gameshow gewinnen wollen. Ja. Du hast auch mal eine Gameshow gewonnen. Aber ich nehm's nicht auf, mir ist gar kein Problem. Nee, aber du hast nicht abgelästert. Ich hab nie gelästert. Über die Frauen da drin. Nein. Du, ich mein, solche polarisierende Leute wie ich sorgen für Quote. Das stimmt. Da rufen die Frauen, da rufen die wenigstens an und wählen mich ab. Ja. Der hat's verstanden. Gar nix ist auch gar nix, oder? Mein Vorbild ist Charlie Sheen und nicht irgendeine Ballermann-Nummer. Servus. Wenn ich an Toll-Haha-Feiern denke, oder? Ja. Darauf gehen wir nochmal, bitte. Ja. Ich war mit Jack Nicholson unterwegs. Da brauch ich mich, mir das normalerweise gar nicht antun. Normalerweise man ja auf dem Absatz kehrt, wenn solche Typen aufkreuzen. Willi Milovic hat er die ganze Wade drauf dekoriert. Oder tätowiert. Ich hab gedacht, ich seh nicht richtig. Was ist das für ein Kaugummi-Abziehbild? Ist er denn? Oh, Skölarlar. Du musst dich ja nie wieder mit ihm eigentlich auseinandersetzen. Ich meine, das waren jetzt ein paar wirklich sehr intensive Tage. Aber wenn du nicht möchtest, musst du dich nicht mit ihm treffen. Bestimmt nicht. Angeblich will er nicht. Und ich will. Ist er denn real? Ist er er selbst? Oder will die eine Maske auf? Nicht die Bohnen real. Nicht die? Das siehst du ja da dran. Hamir, weißt du, vor hinten durch die Brust aufs Auge jemanden attackiert. Das waren alle sprüchte Leuten ins Gesicht. Und der Heilungswert. Wenn ich jetzt da höre, was in meinem Rücken da reininterpretiert wurde. Kannst du ja alles reininterpretieren, ja? Wenn du wirklich solche Flanken lieferst. Wollen wir mal ganz kurz nach hinten gucken? Das geht gerade, das ist gerade, das ist zum Thema die beiden. Ach so, die ja. Der Manager und der neue Star. Darauf trinke ich mir ein. Zum Wohl. Zum Wohl? Zum Wohl. Zum Wohl.